Ja, hi Leute, grüßt euch nochmal hier zum neuen Video Ich habe ja gesagt, das würde in Kürze folgen Es ist wieder warm geworden, heute Morgen war richtig eisig kalt Ja, ich denke mal, ich habe es geschafft, ich weiß nicht wie lange das letzte Video her ist, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen Ja, ich nehme euch einfach nochmal mit hier, dieses Video ist jetzt auch viel noch vom Anfang des Jahres, weil ich gar nicht geschafft habe in den letzten Videos mit reinzuschneiden Ja, hier geht auch gerade schon wieder wirklich die Post ab Muss ich mal schnell die Kamera wieder schnappen, da fliegen die Spechte ein, schon wieder um die Ohren Ja, ich nehme euch einfach mal mit und sag viel Spaß und man sieht sich dann wohl später nochmal Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 aufgetürmt da oben haben sie genistet mit 40 50 tieren auch dem erdboden gleich gemacht hier verstehe ich auch nicht ganz hat einfach keiner merkt dass er so eine party im sommer abgeht oder im frühjahr also da war richtig richtig action da oben ja das ist jetzt wohl vorbei ja ich muss euch doch noch mal zwischendurch ja waren ja noch ein paar coole sachen dabei da vorhin noch dieses nest gefunden an dem an der hauswand von den turmfalken also so was zu hause zu haben dann ist ja richtig cool ja ich hätte gerne noch ein bisschen länger gestanden hätte eigentlich gerne noch die schönsten bilder gemacht die die rufe gefilmt und alles aber ist halt ein bisschen blöd wenn er im haus am haus ist dass er oder wohn welche das wäre dann nicht das erste mal hat dann irgendwie die polizei kommen und man nach namen adresse fahrt was man denn so macht ja ist auch schon ein paar mal vorgekommen ja jetzt denke ich mal auch das werde ich noch mal hier ein bisschen was einblenden konnte auch tatsächlich noch ein bisschen schöne sachen hier entdecken und der wird das video dann auch immer beenden ist doch wohl länger geworden als geplant ja dann lasse ich mir noch mal was schönes für den schluss einfallen und bis zum nächsten video auch mal hier auch mal hier auch mal hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020